Hallo aus dem Wahlkreisbüro. Eine Woche wieder hinter uns, Sondierungen in Berlin, aber auch hier im Wahlkreis war einiges los. Es gab viele Gremiensitzungen in der SPD, Bezirksvorstand, Unterbezirkssitzungen. Ja, natürlich musste das Wahlergebnis aufgearbeitet werden und das machen wir natürlich auch in dem Fall besonders gerne. Ja, was war noch die Woche los? Ganz toll war der Insta-Talk mit den THW-Leuten aus Bamberg, Forchermann-Kirch-Ehrenbach. Mal so ein bisschen Einblick zu bekommen in diese Bundesanstalt der Hilfeleistung. Wirklich tolle Menschen, die wirklich Zeit und Energie für die Allgemeinheit opfern. Ja, und am Freitag war 50 Jahre Naturpark Steigerwald. Wirklich ein schöner Festakt. Wichtiges Thema der Naturpark hier in unserer Region. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ob es vielleicht mal ein Nationalpark wird oder ein Weltnaturerbe. Schauen wir mal. Ja, am Wochenende steht vor der Tür. Da gibt es auch den ein oder anderen Termin. Vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle. In diesem Sinne, schönes Wochenende.